Am historischen Markt von Wismar, direkt gegenüber der berühmten Wasserkunst, heißen wir Sie im Phoenix Hotel und Restaurant Reuterhaus herzlich willkommen. Unser Restaurant begeistert mit seiner köstlichen, bodenständigen Küche. Gerne servieren wir frisch für Sie zubereitete Speisen sowie erlesene Getränke. Benannt ist unser Haus nach dem Dichter Fritz Reuter, der hier einst nach Speis und Trank seine Nachtruhe fand. Das stilvolle Ambiente unseres Restaurants bietet auch den idealen Rahmen für Ihre privaten Feierlichkeiten, Veranstaltungen oder Tagungen. Die fast 300-jährige historische Einrichtung schafft eine ganz besondere Atmosphäre für Sie und Ihre Gäste. Unser Hotel bietet Ihnen 10 individuell und gemütlich eingerichtete Zimmer mit hohem Komfort. Nach einer erholsamen Nacht erwartet Sie morgens ein köstliches Frühstücksbuffet, das im Übernachtungspreis inbegriffen ist. Ob Familienurlaub oder ein geschäftlicher Kurztrip, unser Team sorgt dafür, dass Ihr Aufenthalt im Phoenix Hotel Reuterhaus zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Die zentrumsnahe Lage unseres Hotels ist ideal, um die wunderschöne Weltkulturerbestadt Wismar und Ihr sehenswertes Umland zu entdecken. Genießen Sie entspannte Tage bei uns!